hallo herzlich willkommen youtube augen commander krieger und endlich gibt es mal wieder ein youtube video hier auf meinem kanal und heute habe ich jemand mit dabei und zwar den patrick von suns of battery grüß dich guten tag so wir haben auf twitch schon seit etwas längerer zeit und ich nenne es mal ein neues hobby gesucht und zwar haben wir uns ein format überlegt was man eigentlich das ganze jahr über durchziehen kann was nicht mit einem spiel zu tun hat sondern mit immobilien wir gehen hin und bewerten immobilien und jetzt sind wir dazu gekommen erstmal zu bedenken was für immobilien sollen wir denn bewerten was sollen wir uns anschauen wir sind jetzt auf immobilienscout24 de unterwegs und ich würde für meine eigentumswohnungen die ich in meerbusch habe ungefähr so 400.000 euro bekommen und deswegen habe ich gesagt okay ich mache einfach mal so ein bisschen seifenblasen rennen das heißt ich gucke einfach mal so ein bisschen was könnte ich mir für ein haus ich möchte ein haus haben was könnte ich mir für ein haus holen und wir sind heute in rheinland-pfalz unterwegs die punkte vergabe läuft ab wie auf tinder die frauen bewerten unser aussehen als allererstes das heißt es wird erst mal geguckt was ist da überhaupt was wird überhaupt geboten die punkte vergabe gibt von 1 bis 10 punkte 1 bedeutet absolute scheiße und 10 ist mashallah wüsste dein auge habibi so das sind zehn punkte dann kommt natürlich das wichtigste die inneren werte ebenfalls von 1 bis 10 1 ist scheiße 10 ist möchte ich am liebsten direkt einziehen und dann gibt es noch red beziehungsweise green flex ich weiß noch nicht wie ich das ganze am besten positionieren sollte das sind absolute no goes wenn du halt zum beispiel reingehst und du hast das bernsteinzimmer entdeckt im badezimmer dann gibt es dafür einen krassen punkt abzug oder das dach ist marode oder ähnliches dann gibt es dafür abzugspunkte man fängt mit zehn punkten an und für jede flagge die man verteilt wird ein punkt abgezogen und am ende bleiben dann halt ein paar punkte übrig und das sind die gesamtpunkte von patrick und von mir und so läuft das punkte ranking ab kommen wir nun zum sponsor des heutigen videos wondershare film oder ein wunderschönes bild bearbeitungsprogramm das ich beim letzten video schon am liebsten genutzt hätte denn es hat geile neue features wie das intelligente freistellen wir wählen hier intelligentes freistellen aus wählen uns ein pinsel malen ganz grob mal so diesen heise und bisschen aus und speichern dann diesen faden das programm erkennt dann automatisch wo sich der halbe findet eventuell könnte man noch ein bisschen nach mal das ganze spiegeln wir das ganze noch mal und abgespeichert es gibt auch ein sehr einfaches key framing das bedeutet dass wir den high nicht einfach hier im bild erscheinen lassen sondern wir wählen aus wo der high auf dafür einfach hier oben drauf klicken den high einfach aus dem bild ziehen schwupps dann zum nächsten key frame gehen also sprich zum nächsten punkt wo wir den high haben möchten wir schieben jetzt ein bisschen hier rüber wir wieder das key framing tool aus und ziehen den high jetzt hier einfach ins bild hinein das ganze machen wir jetzt noch mal damit das ein bisschen flüssiger aussieht noch ein bisschen weiter rechts dass wir ihn dann zu 100 prozent im bildchen drin haben ziehen ihn rüber und automatisch kann der high jetzt von anfang an schön ins bild reingeschwommen kommen hätte ich gerne beim letzten video gehabt wenn ihr es nicht gesehen habt oben rechts individuell anpassbare ebnen ein sehr sehr geiles feature gerade wenn man irgendwelche effekte erstellen will wir nehmen die anpassungsebene legen die hin und haben hier alle möglichen effekte die wir holen können das programm ist frei zum download verfügbar und ihr seht hier schon mal so den kleinen vorgeschmack man kann sich dann hier verschiedene effekte darauf machen diesen effekt kennt ihr vielleicht aus den einigen hugo videos da wird das ganze raufgepackt man kann jetzt hier noch ein bisschen die farben bearbeiten man kann das ganze jetzt zum beispiel hier noch ein bisschen heller machen dass man ein bisschen ja wie soll ich ein bisschen glanz hat eine genette könnte man jetzt zum beispiel noch hinzufügen und was weiß ich keine ahnung noch irgendwelche verschiedenen bild effekte die auswahl ist wirklich grenzenlos man hat auch immer wieder die möglichkeit neue filter und neue effekte hinzuzufügen teilweise kann man diese auch käuflich erwerben und das ist auf jeden fall ziemlich geil wenn man zum beispiel ein bisschen ragen möchte und mal ein bisschen ausrasten möchte dann kann man das ganze mit einem effekt wie zum beispiel dieser flammenspur hinterlegen dass dann der körper so ein bisschen ich sag mal ein bisschen brennt so so gerade wenn man über irgendwelche heiklen themen redet und das ganze kann man einfach kopieren und an einer anderen stelle im video wieder einfügen und so bleibt einfach dieser komplette effekt gespeichert sehr sehr geiles tool allerdings findet ihr dazu in der video beschreibung vielen lieben dank und wir gehen einfach mal direkt in die erste ansicht und frag mal so was ist dein erster eindruck vom aussehen schon ziemlich scheiße muss ich sagen findest du ziemlich scheiße warum ja also die blauen fenster überhaupt gar nicht gar nicht mein fall also man muss sagen gelb und blau harmoniert jetzt immer schon mal so ein bisschen oder aber findest du das jetzt schon schlimm also die blauen ja also ich finde es gut dass die dass die mülltonne abgestimmt wurde zu den fenstern aber ansonsten finde ich sehr sehr scheiße also ich muss sagen was ich scheiße finde ist der hauseingang weil unten wird wahrscheinlich die garage sein und dann musst du halt jemand die treppen hochlatschen dann hier um dieses geländer reingehen und dann reingehen das scheiße so und hier hinten ist auch noch irgendwie was dann hast du keine richtig große terrasse zumindest nicht auf den ersten blick und man muss sagen die lage an sich du hast ein kleines echo patrick noch entschuldigung ja ich muss sagen ich finde die lage aber die ich jetzt nicht so und und spektakulär weil du bist halt schon so werden und so war noch doppelt du fix das glaube ich gerade im hintergrund und jetzt hat man im hintergrund natürlich so ein bisschen den wald hand das ist natürlich das spricht ein bisschen dafür jetzt machen wir mal bisher patrick das echo ein bisschen in den griff bekommt und so ein bisschen und dann gucken wir mal also ich würde dem aussehen von außen sechs von zehn punkten geben also 6,2 punkte und du ja ich würde ihm fünf geben aber weil man sind alleine mit sich fußball spielen kann du kannst ja nicht genau so fußball spielen kannst du hier bei heute ja runter der chat zählt zusammen übrigens wir sind gerade live also fünf okay sind wir schon mal bei aussehen 11,2 gut sie kommen direkt in die küche und ich würde sagen hier geht die erste red flag schon mal hoch weil das allererste wird mir auffällt ist hier oben der fliegen das fliegen ding hier oben in der ecke aber ganz ehrlich was hat der typ sich bei dieser küche gedacht das triptease poland stange da reinzubauen gut ich glaube das ding ist auch relativ praktisch da kannst du deine töpfe dranhängen und so weiter weißt du kannst du schon gut hat er jetzt nicht so genutzt bei ihm hängen im bim aus dem urlaub dran aber erklär mir mal den mülleimer praktisch zum eingang also das muss schnell gehen das finde ich gut ich hasse so mülleimer wo du erst mal einen schrank aufmachen muss dann kommt dir entgegen das ist das ist was die stimme ist das haben wir jetzt du musst erst den schrank aufmachen und dann musst du noch mal den mülleimer separat aufmachen und dann muss noch wo musst du sehen und alle haben ja auch hart am sack ja das ist ein richtig red jetzt hast du eine seine sprach aktivierung ist jetzt gerade auch schon dabei ich schließe halt anderes wir kriegen das noch sehr gut so wir gehen weiter und der fotografie an dieser stelle wir haben das bild eben schon gesehen beiden fotografen gibt es einen punkt vordergrund macht bild gesund aber nicht wenn das ein fliegenfänger ist also das hier gedacht hat der fotograf ist wahnsinn ich muss sagen patrick hat ja die blauen fenster kritisiert man sieht aber hier das sind schon neue fenster also es ist schon neue fenster aber ich würde fast schon den zweiten red flag raushauen und zwar über die decke man sieht hier ist irgendwie eine platte drin hier ist platte drin da hinten das platte drin aber das ist entweder belüftung oder das ist sound ich glaube das ist glaubst du das ja ich glaube schon also eine ganz große red flag ist oder es den kinder im haus hier die tischdecke einmal darüber noch mal verliert ja aber du hast katzen du hast katzen hinten ja was soll das trotzdem katzen wenn jetzt auch nicht ja gut die die kann man ja raus also das ist ja jetzt wirklich was was nicht tragend ist so den kamin finde ich cool aber ich finde auch der ist scheiße geschnitten der raum ja weiß ich nicht ich finde ich finde eigentlich standard so aber schon die couch nicht parallel zum fernseher man muss das bild auch mal auf sich wirken lassen mit dem fahrrad oder oben da pinke schwein also das muss kurz nach silvester aufgenommen worden sein wie kommst du die tiere tiefer wir haben keine katze oder die haben beides wie kommst du auf kurz nach silvester schwein glücksschwein was so also ich finde die küche auch super dunkel gerade wenn er jetzt da hinten rein guckst in diesen dunklen auch da oben diese blaue oder mülleimer sticht raus der mülleimer stich raus und die pole dance stange die noch ein meter weg ist der tisch ist echt schön wenn die folie da nicht drauf werden aber das ist wie in amerika weißt du wo du auf der auf der couch noch irgendwie so eine decke hast dann blut da nicht drauf kommt aber drehen mal das bild einfach im kopf um da könntest du eigentlich auch an der decke laufen würde kein und ich würde mir den kopf stößen hier an dem ding jetzt hat eine gefließe gefließe dicke so naja wollen wir nicht zu eignen toilette schon mal kindgerecht ganz muss ich sagen toilette finde ich vollkommen okay um die leds finde ich sogar noch ein bisschen modern guter die rollläden hier dieses dieses band hat auch schon was weiß ich 70 jahre auf dem buckel ja also geht es ein logo recht eine riesen red flag wollte ich sagen ja für dich alter ich weiß nicht du hast keine katzen ich habe zwei oder wir haben zwei ja wenn die heißen geht du hast hier den katzenklo an deiner toilette keine ahnung ich könnte damit null umgehen aber das kannst du ja irgendwo anders hinwerfen es geht jetzt darum wenn die riesen irgendwie was weiß ich gut 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 na also dass das das riecht das stimmt da ist aber auch noch mal ein katzenklo also hier ist ordentlich und die katze kann scheißen wo sie will das katzenbetrieb auf jeden fall das ist auch so ein bild wie fehlt hier so der rechte der rechte bereich fehlt mir irgendwie und der kommt auch leider nicht aber eingangsbereich ist zumindest hell und schön aber da steht in 360 grad kamera oder ich weiß nicht was er vorgehabt hat aber da war noch mehr geplant was du hier meinst du ja ja vielleicht so eine digitale besicherung ja da unten so ja gut bin ich das um eine erste wohnung sah so aus das hatten wir im schlafzimmer auch kein witz was hatte die im schlafzimmer auch die schräge oder die bettwäsche oder nee den den roten streifen an der wand erinnert mich an alter die haben die haben da kummer die haben das stein stimmt irgendwie gefließt das finde ich sie cool das finde ich cool das gibt einen bonus green flag punkt gefühlt das findest du cool ach du heilige aber war also für dich also man muss dazu sagen ich habe eben patrick anrufen ich wollte das video schon ein bisschen früher machen ich habe ihn patrick anrufen kam als antwort ich bin baden falls du gerade angerufen hast also patrick ist ein absoluter badebär ich bin bader und ja bei mir ist ich bin einfach zu groß aber ich glaube die bad die sieht richtig groß aus die badewanne also weit winkel oder weil rechts ist alles ein bisschen verzogen ja gut aber und jetzt kommen wir zu einem nächsten punkt was ist denn das mit der badewanne hier mit der dusche das ist eine dusche hier oder so kannst du auch als bidet nutzen würde ich jetzt nicht empfehlen krass okay also so aber du hast halt platz aber aber fließen gut kann man jetzt kommst du wieder mit teppichen und so weiter aber hier sehe ich mich schon mit dem hinterkopf auf die wanne einschlagen wenn keiner im haus ist einfach am verbluten hast du bei dir teppich im badezimmer oder was ja ja matten im badezimmer so badematten teppich matten die kannst du ja immer noch rein aber du hast ja jetzt kein teppich verlegt da aber kein paket jetzt mal daneben und dann stirbst du einfach ich will wie alt bist du jetzt 38 ich bin dankbar dass du es 38 jahrelang geschafft hast nicht dich am beckenrand umzubringen es ist öfters passiert es ist ehrlich hatte glück ich bin halt auch hart wie kruppstahl davon dass heute noch so ja sagst du doch ich noch es gibt ja immer noch kruppstahl ich habe keine ahnung man so will mir einfach nicht nässeln setzen also eine feuerstelle ist ja schön und gut da ist schön eine feuerstelle gemacht zu haben aber du kannst da nicht hingehen ich gehe jetzt mal hier auf das erste bild hier hinten ist ja dieser bereich hier siehst du diese holzhütte und da hat er einfach eine feuerstelle reingemacht damit du da einen schwenkgrill rüberwerfen kannst du jetzt nicht mal mit dich da kraste ich schon wieder aus ist das dein red flag oder was kannst du doch nicht so hinstellen da kannst du doch also ich gibt ja viele schlechte fotos links ist noch der daumen drin irgendwie aber 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 das ist einfach nicht mit ich über der feuerstelle da kannst du wie sollen da das fleisch rechts das fleisch wird einfach nicht richtig durch oder es ist natürlich nach ja also außen jetzt hier noch mal der aufgang zum eingang quasi wo ich auch denke warum hat er nicht hier gemacht einfach so würde ich auch irgendwie sagen schatz kommen runter hilf mir das ist ja einfach zu behandel also ich korrigiere mein mein jetzt aussehen darf man ja nicht mehr verändern das ist der erste eindruck aus ja ja gut aber hier haben wir schon ein paar mehr informationen sonst würde ich mein aussehen auf jeden fall runterschrauben aber aussehen kriegt das ding von uns beiden 6,2 von dem esel der sich zuerst ein von mir und von patrick fünf jetzt sind wir beim interieur hier kommt noch hier kommt komplett katastrophe jetzt hier kommst du rein okay ja schön noch mal geländer fotografiert ich gehe jetzt mal hier im schnelldurchlagen los ich glaube die heizung das ding sieht gut aus das bewerten wir jetzt war gar nicht super heizung das wird immer schlimm was sagst du interieur äh interieur bedenke wir haben noch ein paar wohnungen wir haben viel zu viel also wir sind wir müssen gleich ein bisschen gas geben gefällt das alles nicht bis auf das bad was du jetzt gerade hast finde ich eigentlich ganz schmucke die badewanne gefällt mir und das ist so ein bisschen so eine so so emporen mäßig ist der rest kannst du aber ach gott das waschbecken habe ich noch gar nicht also vom gästeklo mit katzenklo ist ist das waschbecken geiler master bad ja fünf punkte fünf vier 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 ne du hast fünf gesagt nee das ist hier beeinflussen das ist hier beeinflussen ich gebe dem ganzen 2,7 ja und jetzt gehen wir jetzt gehen wir die red fleck punkte durch dafür gibt es hier einen auf jeden fall also war wir wir zählen die red flecks von hinten ab also wir hier bei 9 bei mir 9 red fleck ist hier unten das ding 8 7 6 5 auch hier dieser übergang einen habe ich jetzt irgendwie vergessen glaube ich also vier punkte bei den red flecks bei dir hast du mitgezählt habe ich irgendwo bei drei landen oder so weil ich fange ja schon an mit dem blauen shit da her stimmt verstehe ich nur gut also sind wir bei sind wir bei sieben red flag punkten der chat zählen zusammen also sind wir bei 14 25,9 aber du hast platz in der putze was kosten die die kostet mit ja nicht darauf eingehen oder 345 sieben zimmer und 85 quadratmeter wir kommen zum nächsten das nummer für sie jetzt kann wir sind wir bei trier fünf zimmer 140 quadratmeter und wir haben äußeres erst mal so gut wie gar nichts wir haben hier so und so ein balkon mit einem kronen zimmel ding wir sehen die nachbarschaft schön edelstalt finde ich mag das du magst das das ist aber wir haben aber keine aussicht von von der von der bude oder so wir müssen jetzt nur das bewertet ich kann mal eben kurz durchgehen ob wir hier irgendwo ja das ist das haus von oben da war das geländer schon mit das highlight wissen das geländer ja wieso ist das highlight wir sehen das jetzt nur von oben oder sehen wir sehen auf jeden fall eine fotovoltaikanlage wir sehen den pool sehen dass das dach gemacht werden muss wir sehen dass das dach gemacht werden muss wir sehen dass der garten richtig schäbig ist der eingangsbereich mehrere autos rote gartenlaube oder keine garage also bin ich schon mal bei drei punkten das rechte auto ist in die papierton gefahren ist korrekt ich gebe drei punkte jetzt nur von hier oben oder was da bewertest du schon hier oben und da wird das aussehen erster druck ach so erst ein druck ja gut okay das sind die zwei bilder erst ein druck ja dann bin ich auch bei drei wie die frauen bei tinder so wir kommen rein hell auf jeden fall schon mal hell überraschend überraschend anders also wie jetzt die außenwirkung küche ist schön die riesen küche ist finde ich jetzt so eine ikea also nicht böse gemeint aber so eine ikea so eine dritte zweite deiner wohnungsküche oder das ding ist eine einlieger wohnung dann würde ich das aber nicht auch füllen ist nicht okay wenn das die master wenn das die main küche ist dann scheiße was aber geiles was geil ist ja platz weiß ich jetzt nicht ja gut du hast hier viel platz aber was ich geil finde ist hier links auf jeden fall dass dieser abstellschrank also eingebaut ist glaube ich zumindest der kühlschrank wäre mir zu klein mittlerweile der heizkursor schlechter muss raus und moderner rein stimme ich auch zu aber das wäre jetzt sehe ich jetzt nicht als red flag also ist bisher noch alles gut alles schön clean weiß ja bisher habe ich auch nichts aus klimaanlage kamin als keiter ist ein fake ofen ja aber fake ofen ja aber wasser und so eine glasscheibe davor kein plan aber ich weiß es nicht ja gut stimmt das rechnen aber es sieht sehr klein aus das zimmerchen wobei das ist glaube ich die andere seite ist in dem boden richtig schön da stimme ich zu aber auch wieder die scheiß radiatoren nee das ist nicht das zimmer hier ist auch die rote gegartenhütte so auf jeden fall klimaanlage ist auf jeden fall schon mal pluspunkt hat der schiebetüren glas schiebetüren nee 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 aber glas türen trotzdem dass wir auch neue fenster aber auch wieder dann hier dieser heizungs radiator also sagt heißt auch die alter noch so dass der wohnbereich schlafzimmer viele steckdosen plus ja auf jeden fall noch mal hier vorbereitung für dinge klima auch sehr geil da geht es raus auf den balkon schlafzimmer 2 sehr helle wohnung aber boden konzept überall anders stimmt ohne scheiß ist mir gar nicht aufgefallen hier fließen dieses dann und jetzt hier mosaik oder auch zweimal verschieden und hier das dritte mal aber die fließe finde ich auch sehr die die diesen boden im badezimmer finde ich auch sehr schön so ein holzboden finde ich sehr geil aber ist fake safe ja aber finde ich schön ich finde auch die fliesen dazu geil riesen genau diese schuppen scheiße da finde ich auch geil am scheißhaus am klo tschuldigung wo ist das bad um obergeschoss eine kleine sauna also bisher keine red flag für mich auch nicht gut man muss sagen dass die dusche könnte moderner sein da kann man jetzt mal ein bisschen was wieso warum so im boden eingelassen finde ich viel geiler ich finde das ist genau unser ding hier das so sieht ja nicht ganz wir haben keine stufe an der bade aber genauso ist es bei uns ja aber kannst du ruhig mal eine stufe gönnen finde ich ja stufe also in den bereich muss ich jetzt ehrlich sagen die küche könnte geiler sein die küche könnte geiler sein da gibt es zwei punkte abzug für mich ich glaube dass die räume auch ein bisschen größer sein könnten deswegen gebe ich 7,5 punkte 7,5 punkte also mir gefällt die wohnung komplett ich würde für also auch auch die küche weil ich sie da den praktischen nutzen du kannst auch alles hat klassisch getrennt alles du kannst da schön den tisch reinstellen und stühle ich sag tatsächlich für mich ist das eine 8,5 ja also ich finde auch den balkon halt ein bisschen klein und so ne ja klar holt sauna was raus 7,5 red flag punkte gibt es für mich ich muss jetzt einen nehmen das wäre die küche ich möchte eine schöne große küche haben und die küche ich hätte mich gefreut wenn jetzt zum beispiel die küche noch hier rechts weitergezogen wäre weißt du wenn das so eine so eine ell-förmige große küche gewesen wäre aber da passt dann dein kühlschrank hin weißt du wie ich meine das sehe ich also von mir gibt es keinen red flag punkt 10 von 10 die wohnung finde ich total geil okay weil rechts passt der amri du weil der passt da schön hin da sind noch steckdosen das sind kommen du hast in der küche du hast oder von mir aus an oder erst drei steckdosen links drei steckdosen rechts an der küche direkt also da passt alle da kannst du ja aber wieviel küchengerechte will wieviel küchengeräte willst du da hinstellen stellst doch auf den schrank aber rechts hast du dann auch noch mal vier steckdosen also alleine wenn er jetzt eine mikrowelle haben wird wo tust du dienen hin mikrowelle ja so her mit dem red flag punkt ich würde die mikrowelle halt sowieso in den schrank einbauen ja ist ja auch kein platz mehr dann also acht punkte acht red flag punkte bei mir wieviel von dir neun red flag punkte muss man viele haben also sind eigentlich green flag punkte 16 interieur 17 red flags vielen lieben dank sind wir bei 22 sind wir bei 39 punkten für die wohnung 39 bisher der spitzenreiter für 500 das ist richtig schön mir gefällt das echt 500.000 140 quadratmeter fünf zimmer und du hast den fucking pool den haben wir gar nicht gesehen so haben wir gesehen aber haben wir nicht bewertet das stimmt ja wir haben nicht gesehen gab es ein bild davon ja dass das das von oben ja das ist das einzige haben sie vergessen ich weiß nicht dass den pool also hier an der stelle hier die befand von pols wir hätten gerne noch mal ein bisschen mehr auch vom keller vielleicht und ein bisschen hier von dem von dem von dem grundstück gerne mal was gesehen hier ist auch noch irgendwie vielleicht eine garage oder so gerne noch mal hier aber stopp im 500.000 für die bude ist echt nicht ja okay du wirst du hast den pool aber ja so wie wird es bei der nächsten gute abstand das seht ihr im nächsten video gut schuss bis zum nächsten mal euer commander und patrick und jetzt geht's weiter mit dem video und jetzt geht's